Lopunzel, Lopunzel, lass dein Haar hinunter. Ich weiß, Loro hat braune Haare, aber die wenigsten wissen, er hat blonde Achselhaare. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig lustigen Folge von unserem Minecraft Troll Wars. Mit mir, eurer gelben Unterarm, dem Kopper. Genau. Ja, heute werden wir unsere Mitspieler wieder so richtig nerven. Als erstes haben wir vier oder fünf kleine Minitrolls. Zum Beispiel neue Bilder, die ihr mir zugeschickt habt, werden wir an Loro's Base heften. Dann werden wir eine neue Base bauen, da wir derzeit keine haben. Seid gespannt. Und zum Schluss gibt es ein neues Troll-Märchen, und zwar Lopunzel, beziehungsweise Rapunzel. Wir bauen einen Turm mit Fallen auf Loro's Base, er wird so ausflippen. Volles Programm, ich freue mich wie ein kleines Schnitzel. Bevor wir mit den Minitrolls beginnen, was zum Teufel ist das? Loro hat uns ein blaues Häuschen geschenkt. Äh, das ist doch garantiert wieder eine Falle. Ich wusste schon immer, dass du total auf die Farbe Blau stehst. Ja klar, und zwar mit meinen Füßen. Ich zertrete alles, was blau ist. Deswegen schenke ich dir das schöne Haus hier. Liebe Grüße, dein blauer, schlauer Ogolicus. Ähm, dein Ernst? Blau und schlau? Nein, du bist das blaue Augenprojekt. Ätzend, man braucht es nicht, es nervt. Blau und schlau. Dann bin ich der Weise mit der Meise, oder was? Pass auf, wir werden unsere Items sichern, ins Haus gehen, und danach werden wir Loro trollen. Also, erstmal Items gesichert, bevor wir in das Haus gehen. Ich will hier nicht rein. Alter, wo sind wir denn hier? Kennt ihr die Serie, der Bär im großen blauen Haus? Hallöchen, jemand zu Hause? Trollo, du gehst vor. Ich glaube, wir haben hier reine Luft. Die Luft ist rein. Okay, wir haben hier ein Bett, wir haben ein Crafting Table und eine Bank. Da ist eine Truhe. Ähm. Nack, lasse. Dass in einem blauen Haus nur Dreck ist, das weiß ich. Das ist nichts Neues. Das ist eine blaue Gummizelle. Allein bei der Farbe wird man schon verrückt. Dann als nächstes kommen wir jetzt endlich zum lustigen Teil, denn jetzt werden wir unsere blaue Mülltonne mit kleinen Trolls unglaublich nerven. Das wird so witzig. Okay, das hier ist Logo Space. Und wir sind quasi das Haar in der Suppe und werden ihn jetzt richtig nerven. So genial. Pass auf. Troll Nummer 1. Wir haben als erstes eine Truhe. Dort werden wir ganz einfach Erde reinschmeißen. Das Ganze werden wir mit einem Schild versehen und auf dieses Schild schreiben wir Kekse drauf. Das ist der gemeinste Troll aller Zeiten. Man denkt, es wäre eine Kekstruhe. Man öffnet sie, aber es ist nur Erde drin. Mit Keksen macht man eigentlich keine Scherze. Wir haben mehrfach Logo Space vernichtet. Aber das hier ist der schlimmste Troll aller Zeiten. Troll Nummer 2. TNT. In der letzten Folge haben wir ja mit Troll TNT gearbeitet. Also TNT, was beim Abbauen explodiert. Und wir werden so tun, als hätten wir dieses Troll TNT, was normales TNT ist, versehentlich in seine Base gestellt. Versteht ihr, was ich meine? Loro wird denken, dass dieses TNT beim Abbauen seine ganze Base vernichtet. Dabei ist das ganz normales TNT. Das müssen wir eigentlich nur auf Schildern erklären. Hallöchen, Logöchen. Habe aus Versehen Troll TNT auf deine Base gesetzt. Explodiert beim Abbauen. Werde ne Lösung finden. Tut mir leid. Koppa. Was kommt davon, wenn du die gelbe Schildkröte ärgerst? Ah, das wird sicherlich sehr spaßig. Troll Nummer 3. Lustige Bilder für Logo Space. Ich habe wieder so coole Bilder von euch erhalten. Logo ist Gift. Hey, das ist eine Flasche in der Flasche. Cool. Logo Schokolade. Mit Trollomilch. Mehr dumm, weniger Logo. Enthält null Riegel. Bei dem Gesicht bekommt man ja Albträume. Wie kann man nur sowas essen? Ich nehme 10 davon. Nein, 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 nein. Das wird es ein bisschen verstören. Rettet die Schildkröten. Yellow Peace. Seid ihr komplett bescheuert? Wir gehören nicht an die Leine. Loro gehört festgebunden. Und zwar in einer Raststätte. Da sollte man ihn aussetzen. Wie abgefahren ist das denn bitte? Harry Copper und die Michelle des Todes. Das ist der hässlichste Hund, den ich je gesehen habe. Harry Copper. Der Junge, der Loro überlebte. Das Buch habe ich als Kind gelesen. Das ist ein Verkaufsschlager. Damit kann man Loro richtig gut schlagen. Für dieses Bild gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich glaube, das ist Gammelfleisch. Also sowas würde ich keinesfalls in den Mund nehmen. Das ist das logische Brathähnchen. Der logische Vogel. Und ich dachte, ich sei bescheuert. Aber ihr seid krank. Was kommt denn als nächstes? Windeln? Loro Pampers. Logoschutz. Das brauche ich. Wer mir auch immer dieses Bild zugeschickt hat. Hört auf damit. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Copper. Ich fühle mich so jung. Ich trage selber welche. Das ist so ein genialer Troll. Loro wird ausflippen. Ich glaube, ein Bild haben wir noch. Wir brauchen nur noch ein bisschen Platz. Letztes Bild, bevor wir zur Base und zum Rapunzel-Troll kommen. Die logische Mülltonne. Loro ist für mich Abfall. So viel auf jeden Fall zu eurem Bilder-Troll. Gerne mehr davon. Ihr seid echt gestört. Troll Nummer 4. Unsichtbares Licht. Leute, das ist nochmal was ganz Neues. So cool. Das ist Licht, welches wir platzieren können. Was aber automatisch verschwindet. Man sieht das wirklich gar nicht mehr. Und vor allen Dingen ist es total schwierig, dieses Ding wieder abzubauen. Ziemlich günstig. Einfach nur Glas und Glowstone zusammengeknetet. Glowstone habe ich im Vorfeld besorgt. Und Glas werden wir über Loris-Ofen herstellen. Während wir auf unser Glas warten, setzen wir uns einfach nochmal auf Loris-Kissen. Das ist so gemütlich. Wo wir warten müssen. Eigentlich könnten wir doch Loris-Bett abbauen und einfach mal um einen Block versetzen, oder? Das sieht doch hier viel schöner aus. Gut, sein Spawn-Point ist weg, aber das ist ja egal. Unsichtbares Licht gecraftet. Jetzt müssen wir das Licht nur noch überall hinsetzen. Wie Glühwürmchen. Für die, die es nicht verstanden haben, wir leuchten damit Loris-Base aus. Und er weiß nicht, wo diese Lichtquellen herkommen. Und man kann sie auch nicht mehr abbauen. Das würde ihn sowas von verwirren. So viel auf jeden Fall zu den Minitrolls. Das hat schon mal Spaß gemacht. Ganz kurz, bevor wir mit dem Rapunzel-Troll beginnen. Derzeit haben wir ja keine Base. Wir werden jetzt erstmal ein richtig cooles Trollhaus bauen. Zumindest den Anfang. Das wird nicht lange dauern. Ich habe in den Kommentaren gelesen, viele haben es sich gewünscht, dass wir in einem riesigen Trollo leben sollen. Das ist so eine coole Idee. Aber der muss richtig groß werden. Der soll den anderen Angst machen. Ich werde jetzt ein wenig bauen, sehr vieles rausschneiden, damit wir schneller zum Rapunzel-Troll kommen. Schafe weiß machen. Schafe scheren. Base bauen. Je größer, desto besser. Schafe scheren. Noch mehr Schafe scheren. Weiter an der Base bauen. Stylex mit einem Blitz abschießen. Wir könnten auch ein Trollo aus Trollos bauen. Das wäre wie, als würde man Google googeln. Ich habe jetzt vieles rausgeschnitten. Ich habe gerade eine Stunde Wolle gefarmt und gebaut. Das heißt, wir können jetzt mit dem Rapunzel-Troll weitermachen. Sollte ich nach der Aufnahme noch ein bisschen bauen, dann kann ich das mal ganz kurz einblenden. Wir können sicherlich Stockwerke einbauen, Verteidigungsanlagen. Das wird auf jeden Fall noch richtig nice. Wer diesen Hasen kaputt macht, den machen wir kaputt. Kommen wir nun zum Lopunzel-Troll. Danach wird Loro garantiert weinen. Hallöchen, Logöchen. Mit Cobblestone werden wir erstmal einen riesigen Turm auf Loro Space bauen. Wir müssen schauen, wie breit das Ganze wird. Am besten bauen wir sogar eine ganze Platte, worauf wir den Turm stapeln. Aber kennt ihr das Märchen von Lopunzel überhaupt? Nein? Dann habt ihr was verpasst. Wusstet ihr eigentlich, wie Rapunzel entstanden ist? Also vom Namen her? Das ist ja so bescheuert. Eines Tages hat Rapunzels Mutter draußen einen Salat gesehen und wollte den essen. Rapunzel ist ein Salat, deswegen heißt Rapunzel Rapunzel. Das ist wie, als hätte ich Hunger auf ein Wopper und würde deswegen mein Kind Wopper nennen. Das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Rapunzel hätte auch Weißkohlsalat heißen können. Ja, Loro hat seine ganze Base aufgeräumt und das miese, fiese Gummibärchen macht alles kaputt. Okay, das sieht schon mal echt gut aus, aber da geht noch mehr. Es war einmal ein Lopunzel. Es war das schönste Kind unter der Sonne, wenn niemand anderes da war. Eine gelbe dicke Fee hat Lopunzel in einem hohen Turm eingesperrt. Genau. Loro gehört immer weggesperrt. So sieht's aus. Okay, das ist echt cool. Damit hätten wir den Turm schon mal fertig. Eigentlich fehlen nur noch die Figuren. Moment. Die gelbe Fee hat Lopunzel in ihrem Turm eingesperrt. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Von weitem hörte man ihren Gestank, Gesang, Entschuldigung, womit sie ihre Einsamkeit vertrieb, ihre süße Stimme zu erschallen ließ. Ich geb da auch gleich eine Schelle. Wenn die gelbe Fee in den Turm wollte, so rief sie, Lopunzel, Lopunzel, lass dein Haar hinunter. Lopunzel hatte lange prächtige Haare. Ähm. Moment. Schnipp, schnippe die schnapp. Ich weiß, Loro hat braune Haare, aber die wenigsten wissen, er hat blonde Achselhaare. Das passt schon. Gesponnen wie Gold fielen sie zu Boden. Leider gab es niemanden, der sie retten wollte. Deswegen ist das Märchen eigentlich an dieser Stelle zu Ende. Die Moral von der Geschichte, triffst du Loro ganz allein, dann dreht ihn gegen's Bein. Ende. Das ist das beste Märchen aller Zeiten. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, wir haben sehr viel Blödsinn angestellt. Falls ihr weitere Troll-IDien habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn nächstes Mal können wir vielleicht wieder so ein Team-Gelb-Troll-Roulette starten mit euren Trolls. Weitere Mod-Vorstellungen und ja, auch die Schrumpf-Mod kommt die Tage. Das wird richtig witzig. Seid gespannt. Ich freue mich drauf. Bleibt gelb. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.